Komm, wir gehen zum Saumengewissen. Ja! Pippi, kacke Stinky! Macht's gut! Ohne Kamera! Ohne Kamera! Tschüss! Wir sind keine Tiere, wir sind keine Wichser, wir sind sehr geil, wir sind sehr nett und sehr geil. Sehr, 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 sehr nice. Sehr, 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 sehr geil. Hey, this is a dirty game, it's gonna roll up. Hey. Stop! Stop! Beat produced and take it even more time. The rellCap is my hair. な leather flutGetter so groß wie ein Herr Das ist ein Reverb, der ist irgendwie voll komisch Ich bin ein Rasenmäher, denn ich hab ein Rasenmäher Wenn der Scheiß vorbei ist, gibt es kein Rasenmäher become the burning When of the Scheiß vorbei ist, gibt es kein Rasenmäher Cherry! Ich bin ein Rasenmäher Ich hab' nen Rasenmäher. Ich hab' nen Rasenmäher. Hier. Warte, den muss ich jetzt nochmal anmachen. Der war wirklich fucking hart. Was, den haben wir aber gar nicht. Sag, Rolli und Hopglam. Drive. Hast du eigentlich Koffer-Video gesehen? Ja, warte. Sag, gärtlich. Hier, machen wir's denn. Machen wir so'n Dimension? Dann hier, das kannst du kappen, was jetzt kommt. Joik. Jetzt brauch' ich ja irgendwas, was weiter geht. Vielleicht hast du rein, es gibt es keinen Rasenmäher. Dann hier, das kannst du kappen, was jetzt kommt. Joik. Jetzt brauch' ich ja irgendwas, was weiter geht. Nimm mal, nimm mal, die Steckdose. Du bist alt und dunkel, wenn ich mich töten muss. Nimm mal, nimm mal, diese Steckdose. Nimm mal, nimm mal, diese Steckdose. Wir haben Molekohle, die bilden die Molekohle. Wenn alle halt denken, ich hab' diese Virus. Nimm mal Gott mit mir. Ich hab' meinen Rasenmäher. Ich hab' nen Rasenmäher. Ich hab' nen Rasenmäher. Ich hab' nen Rasenmäher. Wir haben kein Körper, das morgen ins Chat. Nimm die Bibel und warte noch mit. Ich hab' das Leben noch nicht an. Es ist ja ein F-Danz bonn. Nein,II. recht AbsCHibde. Warum auch schon lange gedauert. Ich hab' da auch schon lange gedauert. Ja men, guck an. Ich habe hier Sprur. Besonders Gegen die Wind ist es, weil die Feste, die werfen, dass wenn die mit dem Wind kommen, dann wartet die anderen. Hauen! Ja, da kommt gleich jemand, der ist durch so. Mach schon mal. Ja, klar. Ja, klar. Es ist safe. Ja, es ist safe. Let's get it. It's all right, it's all right. Look at this. Das ist wichtig. Das ist lustig. Das ist wichtig. All your hate be the rhythm you're broken Things come from the other world of origin And we're going to the party to the road And I'm taking a hell of your body And we're going to turn it And we're coming up Oh, Leute, vorbei Oh, vorbei? Mach ich das einfach mal Verlängern So, wie machen wir das? Machen wir so Moves in die Cam Machen wir so Moves in die Cam? Ja Joink Alright, alright, alright Oder ich mach das immer ganz halt so Ich würd's auch machen Ja, 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 ja Ja, ja, Mann, das ist halt alles Ich hab mich gerade so ein bisschen eingearbeitet Ach halt, Boxen, das ist einfach richtig Hier Ja, ich hab mich gerade so ein bisschen Das muss doch noch nicht eingezogen werden Ja, wenn wir keinen Platz finden. Ziemlich freigestellend, oder? Ja, oh mein Gott. Da haben wir heute einen Prozess. What the fuck? Was denn hier? Ganz neuer? Oder ist das irgendwie... Erfahrungen, die wir hier sammeln? Herausforderungen? Auf jeden Fall, ja. Ach, okay. So fick, dann ziehst du als zweiten. Sorry. Tschüss, tschüss. Noch ein bisschen? Ja, ich renne jetzt. Heute machen wir es besser als die erste. Ja? Am zweiten? Das muss ich sein. Wir tun's besser. Nein, das muss ich besser als die Sette. Das ist so ne Scheiß-Mini-Glase. Hey! 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 Okay, ich verstehe. Hey! 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 Hey. Hey! Ja, mach sein Britte an der Anstrengung. Warte doch. Dann, sonst kann man einen Fade-Out machen. Ja, ein Fade-Out! Hey! Ratatatatat! Kannst du das, so ein Fade-Out? Später kann ich's machen, ja. Ich hab jetzt keine Ahnung, aber ich weiß, dass es geht, also nichts irgendwann in der Fall. Hey! Das ist kompliziert. Das lässt sich noch retten. Das lässt sich noch retten. Let's get it to the Lopo. Damn. Let's go. This is a fish. The chicken. The chicken. The chicken. Arsch riechen? Aber können wir theoretisch laufen, einfach in so ein Zimmer hängen und dann so fett updancen? Ich hab ruhig ja irgendjemanden. Joa. Ja? Kann man schon mal so, ja. Dann würdest du sie einfach umbringen. Du musst das letzte Stück langsamer machen, da wo das anfängt. Kann man das kurz samplen? Ja, hab ich auch schon. Ja, Mann, hier. Fängt so ein bisschen nach deinem Links. Juni, das sieht so göttlich aus. Kann ich die Musik spielen? Powder? Powder? Choco-Milk? Choco-Drink? Wenn man ganz hoch macht, wird er wieder gut. Oh damn. Das ist gut. Bleib mal stehen. Ja, okay. Ja. Ja. Wenn einer kann jetzt mal Musik anmachen. Das Kamerashakes halt. Oh, da hat er... Hast du jetzt alles dran? Irgendwann schneiden wir den Teil, weil ich liebe meinen Papa. Irgendwann schneiden wir den Teil, weil ich liebe meinen Papa. Irgendwann brauchen wir das. Das ist jetzt so, dass es auch mit drauf war, was ich gesagt habe. Aber Armin, wir verwenden nur den Teil, ich liebe deinen Papa irgendwann später oder so. Ja, ich bin gerade am Ende gekommen.